Es geht nicht darum, irgendwas wegzumachen, sondern dass alle ein Team werden mit einer Führung, wie ein Hund das ja auch braucht. Und wenn der Bewältiger zum Beispiel einen Hund führt, dann sucht er nach Methoden und Tipps, so einen Fünf-Punkte-Plan. Das lieben Bewältiger. Diese Illusion, ich handle das jetzt ab und dann klappt es. Und es ist völlig schnurz, ob das im Bereich Hunde ist oder Selbstentwicklung oder irgendwo. Alle Bewältiger suchen nach sowas und denken bei jedem Mal, jetzt habe ich es gefunden. Jetzt, 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 das hat jetzt geklappt und jetzt bin ich durch. Ja, und dann kommt das Nächste. Und all das ist so ganz normal. Das wird auch so bleiben. Also das ist, es geht für mich nur darum, das zu erkennen, wer gerade redet in einem. Also so redet eben der Bewältiger. Das kann ja. Aber ich muss ja nicht drauf hören. Und diese innere Freiheit sorgt so für Entspannung. Schön, dass du da bist, Maya. Und ich freue mich sehr auf unser gemeinsames Gespräch. Maya und ich kennen uns auf jeden Fall schon sehr lange. Ich weiß gar nicht, wie lange. Das ist bei mir immer ganz schlecht mit so Jahreszahlen. Aber ich denke so ungefähr zehn Jahre bestimmt. Und ich habe Maya das erste Mal kennengelernt über eines ihrer vielen wunderbaren Bücher, von denen es schon einige mittlerweile gibt. Und Maya war für mich immer eine Person, die vor allem gut mit Hunden umgehen konnte. Das war mein erster Kontakt. Und einige von euch kennen Maya vielleicht auch eher als die Hundeflüsterin. So war sie nämlich mal im Fernsehen unterwegs. Und mittlerweile oder vielleicht eigentlich schon immer arbeitet sie vor allem mit den Menschen, die mit den Hunden zusammenleben. Und da kann Maya vielleicht gleich noch ein bisschen was zu sagen, ob es wirklich jemals eine Arbeit mit den Hunden war oder tatsächlich immer eine Arbeit mit den Menschen. Und heute macht sie so viele tolle Dinge, dass ich die gar nicht aufzählen kann. Sie gibt ganz wunderbare Workshops und Seminare und Möglichkeiten für Menschen, sich selber wieder zu erkunden, Dinge in sich zu erforschen, die vielleicht verloren gegangen sind oder nicht mehr ganz so präsent waren. Und unterstützt Menschen dabei, auf ihrem Weg Trauma in ihrem Leben zu erkennen, zu integrieren und andere Menschen wieder das zu lernen, wie man das mit anderen Menschen tun kann. Also ihr hört schon, es gibt eine Vielzahl von Dingen, die Maya kann, auch wenn das vielleicht nicht ihre Lieblingsformulierung ist, weil ich glaube, es ist gar keine Methode oder Technik, die vermittelt werden soll, sondern eher ein Ansatz oder eine Idee oder eine Herangehensweise, die für mich zumindest sehr universell ist und für uns alle letztlich verfügbar. Und Maya hilft uns als Wegbereiterin dabei, das wieder in uns zu entdecken. Ja, danke schön. Zu deiner Frage, ob ich eigentlich je mit Hunden gearbeitet habe, ja. Mir hat mir hat nur immer geholfen, so undercover mit Menschen eigentlich zu arbeiten über die Hunde, weil ich immer gespürt habe, dass Menschen große Angst haben, bestimmte Punkte in sich wahrzunehmen. Und ich habe mir innerlich vorgenommen, das erst zu erforschen und damit umgehen zu lernen, ehe ich dann auch die Hunde weglassen kann. Ich habe gemerkt, es führt zu nichts. Die Menschen sind zu sehr viel bereit, auch bei sich selber, wenn es um ihren Hund geht. Und diese Brücke habe ich halt sehr lange auch dann genommen über den Hund. Also Menschen machen für ihren Hund sehr viel mehr als für sich selber. Und ich habe dann so im Laufe der Zeit gemerkt, dass die meisten Menschen einen Anteil von sich selbst, das ist meistens so ein kindlicher Anteil, der zu wenig Zuwendung bekommen hat oder der eine Behandlung erlebt hat, die ihn überwältigt hat. Das ist das, was wir mit Trauma meinen, mit dem Hund verbindet oder im Hund zu einer Art Beschützer sucht für diesen Anteil. Also diese beiden sind oft sehr eng miteinander verbunden. Und mir fiel dann auf, dass, als ich als Hundeflüsterin unterwegs war im ZDF, und klar wurde da sehr gern gesehen, dass ich wo ankomme und da ein Problem mit einem Hund besteht seit Jahren und ich komme und in fünf Minuten klappt das. Da habe ich mich immer gefragt, warum? Und habe dann herausgefunden, weil ich nicht getriggert werde von dem Hund. Ich lebe nicht mit ihm. Bei meinen eigenen Hunden werde ich schon oder wurde ich schon von einigen Dingen berührt, die auch mich in eine Entwicklung gebracht haben. Ich will damit sagen, der Mensch, um den es da ging, der mit diesem Hund lebt, dem dann zu sagen, sei jetzt mal etwas ruhiger oder souveräner, Verena ist so eine ganz, die machen das dann, weil man dabei ist und sie so bestäubt mit der eigenen Energie in dem Moment, wird es dann ganz rein funktional abgespult, klappt auch und kaum ist man weg, geht alles wieder von vorn los und die Menschen denken, es liegt an ihnen. Und das war das, wo ich mir gesagt habe, ich höre auf damit, Menschen so etwas beibringen zu wollen, ohne ihnen auch die Fähigkeit vermitteln zu können, dass sie das können. Und so bin ich auf die Spur gekommen, Stück für Stück herauszufinden, warum ist dieses innere Kind abgespalten oft oder Anteile davon. Ich bin dann auf den funktionalen Alltagsbewältiger gestoßen, den wir alle in uns entwickeln mussten und darauf, und das ist der Hauptpunkt, dass wir meistens keinen Kontakt mehr zu unserem authentischen Wesenskern haben. Ich habe gemerkt, am eigenen Leibe schon viele Jahre vorher durch mehrere Ereignisse, die ich damals aber noch gar nicht mit dem Verstand erklären konnte, dass die Hunde oder jedes authentische Wesen die Fähigkeit hat, ein anderes Wesen, in dem Fall damals mich, durch eine traumatische Situation zu führen, wenn sie ihr eigenes Wesen authentisch anbieten und damit den Raum halten. Es hat eine solche Kraft, dass auch Trauma einen nicht überwältigen kann in dem Moment. Und das ist über einen längeren Weg das gewesen, was ich wollte für andere Menschen, dass ich Bedingungen schaffen kann für andere, dass sie wieder in Kontakt kommen mit diesem eigenen Wesenskern, der so stark und unverletzt ist. Ich habe auch Begegnungen gehabt mit ein paar Menschen, die sich selber als Guru darstellen. Und da fiel mir immer wieder auf, dass sie so wie entkörpert wirken, nicht vital im Körper. Und alle drei hat auch ausgezeichnet, dass sie überhaupt keinen Humor hatten. Und Humor braucht Vitalität. Humor, also für mich ist, ich meine jetzt keine Witze oder so ironische Bemerkungen oder so, sondern wirklich humorvoll zu sein, bedarf ja, dass man im Hier und Jetzt ist. Und dass man in einem gewissen Abstand ist zu einer Situation und das Komische daran wahrnehmen kann und dann damit umgeht in humorvoller Weise. Also etwas, was für mich sehr spirituell ist. Darin ist alles enthalten, was ich mir für mein Leben wünsche, nämlich als spirituelles Wesen verkörpert zu sein, hier zu sein, auch mit allen Gefühlen. Und jederzeit in die Nahaufnahme gehen zu können mit dem Verstand und in die Fernaufnahme, in die spirituelle Sicht, wo die Welt schon wieder ganz anders aussieht. Ansonsten wüsste ich nicht, warum ich hier bin, verkörpert. Ja, wenn ich doch meinen Körper dann aufgeben soll an den Geist. Hast du eine Herangehensweise, eine Übung oder einen ersten Schritt, wie wir unseren eigenen Bewältiger sozusagen mal hinterfragen können oder einen Weg finden, überhaupt diese erstmal Trennung zwischen Bewältiger und dem wahren Wesenskern wahrnehmen zu können? Also falls ich jetzt wirklich das Gefühl habe, ich stecke da gerade fest und die Energielevel sinken immer, das ist ja meistens dann auch der Bewältiger, der sich so aufopfert und abarbeitet und Dinge wie Burnout und so weiter passieren ja wahrscheinlich nur auf dieser Ebene, weil wie du gesagt hast, der Wesenskern eher was Unverletzliches ist und etwas, was gar nicht an Energie verlieren kann oder etwas, das immer seine Fülle behält. Was könnte ein erster Schritt sein, den man vielleicht jetzt direkt beim Zuhören auch mal ausprobieren könnte? Ich mache zum Beispiel oft, wenn so Entscheidungsschwierigkeiten sind und man gerne wissen möchte, wer in mir sagt denn jetzt gerade was, also auf deine Frage bezogen, dann mache ich einfach eine kleine Aufstellung, die kann man alleine machen, indem man sich drei Zettel nimmt und auf die schreibt man eben drauf, je nachdem, von wem in sich selbst man was wissen möchte. Manchmal schreiben wir drauf, Seele, Verstand, Körper. Manchmal inneres Kind oder Trauma-Anteile bewältiger Seele oder das Selbst. Diese Energiefelder wirken, die wirken einfach immer. Sobald man sich draufstellt mit dieser Frage, kommt eine Antwort und der kann man dann glauben, sofort. Und man wird erleben, was für ein unglaublicher Effekt, das ist, wenn alle mal sprechen durften, auf einmal hört ganz viel Druck auf, weil all die Anteile und auch unser Körper, der ist ja kein Anteil, aber der wird ja auch oft weggemacht, gerade wenn man traumatisiert ist, möchte man nicht Körpergefühle haben, weil dazu gehört dann auch Schmerz, Angst und so weiter. Und dann entsteht so ein Druck, weil sich all das in uns bemerkbar macht. Es möchte halt zu Wort kommen. Und je mehr wir dagegen ankämpfen, umso mehr Druck erleben wir. Und wenn all das sprechen darf, ist so viel Entlastung da und man erlebt, wie es eigentlich geht. Und wenn man sowas mal gemacht hat, so eine kleine eigene Aufstellung, dann merkt man auch, wie Selbstführung geht. Weil das kann nur das eigene Selbst, das zu initiieren und genau zuzuhören, was jeder sagt und so weiter. Man ist dann sein eigener Mediator. Und zum Schluss stelle ich dann immer die Menschen in die Mitte und dann können sie aus dem, was sie gehört haben, sagen, was ist denn jetzt daraus die Botschaft? Wenn man alle drei gehört hat. Nur wenn, das können jetzt alle ausprobieren, nur wenn es nicht klappt, ist das nicht schlimm. Es ist immer alles richtig, wie es ist. Und dann kann man sich ja Unterstützung suchen. Hast du Menschen manchmal in deinen Seminaren, wo nichts funktioniert, also wo du an den Moment kommst, die einfach aufgeben oder die dann vielleicht auch gehen, also wo der Bewältiger so stark ist, dass sie sagen, die hat keine Ahnung oder das funktioniert hier alles nicht. Weil ich glaube, dass zumindest von den Menschen, die jetzt bei mir zuhören, ich das aus dem Yoga-Lehrenden-Bereich sehr oft kenne, dass Yoga-Lehrende an ihre Grenzen stoßen und mir dann sagen, meine SchülerInnen machen nicht, was ich ihnen sage. Seit 100 Jahren kommen die zu mir und nichts verändert sich und dann selber so hart mit sich werden. Ja, dann sind sie halt auch ein Bewältiger. Wenn ich mit meiner inneren Instanz mit Menschen arbeite, mit der Instanz meines Selbst und zusätzlich, dass wirklich durchdrungen habe, was das bedeutet, warum wir einen Beschützer in uns haben, der funktional den Alltag bewältigt, der wie so ein Türsteher vor den Trauma-Anteilen steht, wie wesentlich diese Spaltung in uns ist und was auch für ein Wunder, dass wir nur dadurch viele Dinge emotional und auch körperlich oft überleben konnten, dann, also ich kann ja jetzt nur von mir sprechen, ich habe so eine Wertschätzung für die Beschützer, die ich auch Bewältiger nenne, dass ich das kennzeichnen kann in dem Moment, wo die das spüren und wo ich ihnen auch sagen kann, deswegen ist es auch so wichtig, die Psyche von Menschen zu verstehen und nicht nur spirituell auf einem hohen Rost zu setzen, weil die Heilreise der Psyche ist so, dass wir zuerst schlimme Ereignisse immer verdrängen, verdrängen, dann stabilisieren wir uns und das heißt, wir versuchen, Fähigkeiten zu erwerben, dass uns das nie wieder passiert. Und dann erst beginnen wir zu integrieren. Und wenn Menschen kommen in ein Seminar oder zum Yoga, sind sie an einer dieser drei Punkte. Und wenn man das weiß, dann wird man nicht versuchen, einen Menschen, der gerade am Verdrängen ist, weil etwas ihn sonst überwältigen würde und er hat noch nicht genügend Stabilität gewonnen, zum Integrieren zu bewegen oder zu einem neuen Verhalten, dann würde ich diesen Menschen helfen, sich zu stabilisieren. Der Bewältiger von dem Menschen sagt natürlich dann am Ende, Ja, aber jetzt habe ich es ja immer noch. Ich fühle mich ja immer noch so. Ist ja nicht weg. Das Geld war umsonst und so weiter. Und dann kann ich aber, wenn ich ja von dem weiß, von dieser inneren Reise, kann ich ihm das erklären. Und jeder versteht das auch. Da muss man einfach als Mensch, der der Unterstützer ist oder die Unterstützerin, auch den Hintern in der Hose haben, dass da ganz viel Unzufriedenheit auch kommen kann oder auch Widerstand, eine Million mal aber gesagt wird von einem Bewältiger. Und dann innerlich friedfertig zu bleiben, gelingt wirklich immer, wenn man das versteht. Da muss man sich nicht zu zwingen, weil das merkt der Beschützer, diese Energie. Oder dass man dann auch so in den Kampf geht. Ganz essentieller Teil ist um dieses, im Yoga wird es oft als kleines und großes Selbst bezeichnet, diese beiden Anteile ganz fühlen zu können, um sie überhaupt zu verbinden und sie nicht einander auszuschließen und wegmachen zu wollen. Genau wie du sagst, das sehe ich oft auch in der Yoga-Welt, dass versucht wird, dieses Ego wegzumachen. Also dass es immer so etwas Böses hat und irgendwas, okay, das ist jetzt nur dein Ego oder dein Ego ist zu groß und deswegen bist du so und so. Und ich glaube, dieser Kampf, der ist einfach wahnsinnig, ich finde ihn sehr anstrengend und den muss man dann ja auch immer aufrechterhalten. Also der würde ja nie zu Ende gehen. Wenn man dabei bleibt. Niemals. Also erstmal sind das ja alles Bezeichnungen und Bewertungen von Bewältigern. Niemals würde man das, wenn man dem eigenen Selbst ist, sagen. Niemals. Die Dinge verlieren jegliche Bewertung, wenn man in diesem Seinszustand ist. Nicht, wenn man drüber nachdenkt und den haben will, sondern wenn man drin ist. Ich mache ganz oft eine Übung, wenn jemand ein großes Problem hat, dass er das anfühlt und mir auf einer Skala von 1 bis 10 sagt, wie groß ist der Leidensdruck. Dann kommt meistens eine 10 oder eine 11, wenn es von 1 bis 10 geht. Und dann führe ich den Menschen in den, ich nenne das stillen Raum, also in so eine Begegnung mit dem eigenen Selbst. Und dann soll er das Problem nochmal anfühlen. Und dann kommt immer dasselbe. Mach mal das Gesicht von den Menschen vor, was fast immer gleich ist. Also die gehen dann so in den stillen Raum und dann fangen sie an zu lachen. Fang immer an zu lachen und dann muss man kaum noch fragen, wie jetzt auf der Skala 0, da ist nichts mehr. Das ist das Verrückte. Und das heißt aber nicht, dass im normalen Alltag das nicht ein Problem weiter ist. Sondern es heißt nur, dass man erfahren hat, man kann in einen Raum in sich selbst wechseln, wo es auf einmal kein Problem mehr ist. Das relativiert unfassbar viel. Und man kann neue Ideen in diesem Raum bekommen, wie man mit diesem Konflikt umgeht. Das ist wunderbar. Es schenkt einem eine so große innere Freiheit. Und in dieser Verfassung hat man auch immer das Gefühl, es kann einem gar nichts passieren. Und wenn man einen anderen Menschen, das kann der größte Erzfeind sein, in dieser Verfassung anfühlt, sagt man nicht mehr, na, das ist ja nur dein Ego. Sondern man fühlt ihn. Man versteht ihn zutiefst. Man versteht ihn einfach. Und da gibt es nichts dran auszusetzen, weil es darum in dieser Seinsform nicht geht. Und das ist das Verrückte, wenn bei diesen ganzen Streits in der spirituellen Szene, das ist alles Bewältigerzeug. Ja, und es ist müßig. Und wie du schon gesagt hast, das endet nie. Die Menschen kommen nicht in den inneren Frieden. Und es ist so schnurz, was jemand anders dazu sagt. Ja, und interessanterweise ist es ja auch, auch was du gerade beschrieben hast, diese kleine Reise, die du dann mit den Menschen machst oder den Vorschlag, den du ihnen gibst. Es ist so simpel und so einfach. Und da weiß ich auch, mein Bewältiger und auch Bewältiger von anderen, die dann auch gleich denken, oh, also so einfach kann es natürlich gar nicht sein. Ja, das stimmt. Ja, so sind sie. Sie sind halt so. Und da kann man zusammen lachen und sich freuen dran. Ich kenne doch das auch. Ich habe ja auch einen Bewältiger. Und ich finde das einfach nur herrlich. Es ist eben so. Die denken immer, bisher war alles so kompliziert. Also für sie ist alles kompliziert. Wenn es so einfach ist, kann es nicht stimmen. Insgeheim merken sie ja schon, dass es stimmt, weil es einfach sich so friedlich und schöner fühlt. Und ich hatte mal eine Frau im Seminar, die nach Hause kam und erzählte ganz viel vom Seminar. Die war damals, das ist schon viele Jahre her, mit Hund da. Dann erzählte die ganz viel und der Mann hat immer so mit so Spitzen, wollte da aus dem Ballon, der so groß geworden war, so Luft rauslassen. Ding, ding und so. Und dann hat sie aufgehört, darüber zu reden und hat einfach nur mit ihrem Hund so gelebt, wie sie das gelernt hat. Und eines Tages sieht sie aus dem Küchenfenster, wie ihr Mann im Garten steht und sich so umsieht. Und dann hat er genau dasselbe probiert, was er bei ihr neu gesehen hat. Und als das geklappt hat, hat er so gestrahlt, wie ein kleines Kind. Und das wollte ich damit nur sagen, man spürt es einfach. Man spürt, es fühlt sich angenehm an. Der Kampf hört auf. Und wenn er auftaucht, in dieser ganzen Eigenart, der Bewältiger, dann, ja, dann kann man einfach auch schmunzeln. Er denkt so. Magst du noch ein bisschen was über dein bald erscheinendes Buch oder vielleicht schon erschienenes Buch, je nachdem, wann ihr jetzt gerade zuhört, sagen? Also am 20. September erscheint das Buch. Ich bin jetzt echt schon langsam aufgeregt und freue mich ganz doll. Ich habe in Schweden dieses Buch geschrieben und zum Teil auch hier. Und das hat mich schon sehr, also das war ein großer Ritt für mich, weil ich da auch über mein persönliches Leben, über meine Traumata schreibe, über die Erlebnisse, wie ich das durchdrungen habe. dann beschreibe ich in dem Buch viele Situationen aus meinen Haltkreisen und Seminaren mit Menschen, so Geschichten von ihnen, von ihrem Weg und oder wie ich daran gehe. In der Mitte des Buches kommt ein für mich sehr wesentlicher Teil, den ich schon lange beschreiben wollte, nämlich wie ich draufgekommen bin. Ich bin ja auch nicht von allein draufgekommen oder nur durch die geistige Welt, sondern ich bin konkret durch viele Dinge draufgekommen, wo ich den Hunden vertraut habe, wie sie mit traumatisierten Artgenossen umgehen. Das hat mir so buff das Fenster bei mir geöffnet und dann habe ich da erst mal weiter geforscht. Und das beschreibe ich ganz genau. Also ich beschreibe an einem Fall, das ist eine sehr große Bildgeschichte, wo man das auch auf Bildern sieht, wie eine gesamte Hundegruppe mit einer traumatisierten Hündin umgeht. Und dann die Punkte, was ich bei Hunden erlebe, ich sage mal einen vorweg, die sind nie auf das Symptom eingegangen von diesem Hund, was schon in meistens acht, neun, zehn Hundeschulen als allererstes behandelt wurde. So, der bellt immer oder der reitet immer auf oder, oder, so. Und deswegen gehen Bewältiger in eine Hundeschule und als erstes wird versucht, das wegzumachen. In unserer Menschenwelt übersetzt ist das, ich gehe mit einer Depression wohin oder mit dem, dem, dem Symptom, mit Zwangshandlungen oder alle Symptome, die dann weggemacht werden. Und das machen Hunde nicht. Hunde gehen in einer vollkommen anderen Weise vor, die ignorieren das Symptom. Und das beschreibe ich da sehr ausführlich. Und ich habe das immer wieder in anderen Ausführungen bei den Hunden erlebt. Und dieses System beschreibe ich und auch, wie ich es dann in die Menschenarbeit übertragen habe. Dann gibt es viele Heilwerkzeuge, die man in seinem Alltag verwenden kann, wenn man Unklarheiten hat, wenn man in Konflikten feststeckt, wenn man eine Entscheidung treffen muss, wenn man sich finden möchte. Und da habe ich allerdings wegen dem, was ich eingangs schon sagte, dass man nicht so ein Misserfolgserlebnis hat, oh, bei mir klappt das gar nicht, wird es Lerngruppen geben mit drei Frauen, aus dem Wegbereiter-Team, die bei mir lange gelernt haben, wo man sich über Zoom anmelden kann. Und dann wird das live in einer kleinen Gruppe unter Begleitung gemacht. Und da kann man dann auch Alltagsfragen einbringen und welches Heilwerkzeug und was kann man da, wie kann man da rangehen. Auf einfache Weise kann man Selbstbegleitung lernen. Und dann würde es auch noch einen Link geben, wo ich alle Heilwerkzeuge mit diesen drei Frauen zeige und auch nochmal viele Dinge in den Alltag einbinde. so, also ich habe versucht, viele Unterstützungen zusätzlich zu kreieren, damit sich Menschen nicht verloren fühlen, wenn sie das Buch lesen, sondern dann weitermachen können gleich. Ja, das hört sich sehr wunderbar an und vor allem, wie ich es jetzt so höre und wie ich dich auch kenne, nicht nur für Menschen, die mit Hunden leben. Also auch, wenn ihr keinen Hund habt und ich glaube, der Titel des Buches, du weißt es natürlich besser. Hund als Spiegel des Menschen, behutsame Wege zur Traumaheilung. Okay, genau. Der Hund ist inzwischen nur noch ein Spiegel. Ich brauche keinen Hund, um mit einem Menschen Traumarbeit zu machen. Die Hunde sollten aber in dem Buch ihre Ehrung finden, weil sie mich auf diesen Weg gebracht haben. Ja, und deswegen umso wichtiger vielleicht die Erinnerung, wenn ihr den Titel lest und dann erst denkt, naja, ich habe keinen Hund, brauche ich nicht, dann motiviere ich euch auf jeden Fall und inspiere euch, das Buch dennoch mal anzuschauen, wenn es euch jetzt angesprochen hat. Ich danke dir, liebe Maja, für unser Gespräch, für unsere Ausflüge in die verschiedensten Welten unseres Daseins oder eigentlich ist es nur eine, aber in die verschiedenen Anteile und ich bin immer wieder ganz begeistert von deiner Art, Dinge zu erklären und einfach auch darzustellen und ich hoffe, dass alle, die, die zugehört haben, auch inspiriert sind, jetzt noch mal Reisen anzutreten oder Perspektiven zu wechseln oder vielleicht auch mal in eines von Majas Seminaren zu kommen. Kann ich euch als Erfahrung sagen, macht es rechtzeitig und plant es. Sie sind sehr beliebt und werden immer für das ganze nächste Jahr veröffentlicht und ich würde mich freuen, euch da vielleicht selber auch mal zu sehen. Ich bin auf jeden Fall, so oft es geht dabei. Ich danke dir. Ich danke dir auch, Moritz. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020